Beim Thema Ernährung scheiden sich die Geister, deshalb kommt hier mein Top-Tipp. Wenn es was werden soll mit deinem Abnehmerfolg, dann brauchst du eine Ernährungsweise, die sich leicht für dich anfühlt und die du auch über einen längeren Zeitraum durchhalten kannst. Denn wir möchten nicht einfach nur ruckzuck ein paar Kilo verlieren, sondern wir möchten einen gesunden Lebensstil führen und wir möchten die verlorenen Kilos ja auch nicht wieder ganz schnell zurückgewinnen, weil wir unsere Diät nicht durchhalten können, weil sie überhaupt keinen Spaß macht und weil sie sich total schwer für uns anfühlt. Ein paar Grundregeln solltest du hier bei deiner Ernährung beachten. Halte dich an ausreichend Proteine, denn diese machen dich für deinen langen Zeitraum satt und sind Baustoff für deine Zellen, unter anderem für deine Muskelzellen. Dein Hormonhaushalt braucht gesunde Fettquellen und nur wenn dein Hormonhaushalt im Gleichgewicht ist, dann wird es was mit deinem Abnehmerfolg und deinem Power-Buddy, der voller Energie ist. Und ja, dein Körper braucht auch Kohlenhydrate, aber er braucht keinen Zucker und andere einfache Kohlenhydrate, die einfach verpuffen währenddessen, dass wir sie schon essen, sondern er braucht Kohlenhydratquellen, die uns Energie geben und es sind komplexe Kohlenhydrate wie zum Beispiel Vollkornprodukte oder Hülsenfrüchte. In diesem Sinne, lasst es euch schmecken!